Der Bauhofer Adventskalender, präsentiert von Benny. Hoho, liebe Freunde, ich begrüße euch zum Bauhofer Adventskalender. Dieser Adventskalender geht vom 1.12. bis 24.12.2018. Heute öffne ich zusammen mit euch das 16. Türchen. Türchen, öffne dich! Und heute befinden sich in Türchen 16 ein LS19 als Steam Download und ein Bauhofer-Hoodie von der aktuellen Kollektion. Um bei der Bauhofer Adventskalender-Gewinneraktion teilzunehmen, musst du dir auf www.bauhofer-weber.com einen kostenlosen User-Account erstellen und anschließend deinen Bauhofer-Usernamen in die Kommentare schreiben. Anschließend wird bis Ende des Tages, an dem dieses Video hochgeladen wurde, ein oder mehrere Gewinner gezogen. Wichtig ist, dass dein Username auf Bauhofer-Weber registriert ist. Solltest du gewinnen, werde ich dir eine E-Mail an die auf bauhofer-weber.com von dir hinterlegte E-Mail-Adresse schicken. Viel Erfolg und ich freue mich auf das nächste Türchen. Bis morgen meine Freunde, liebe Grüße, euer Benni.